Heute in dem Video schauen wir uns den 14600K an. Der ist interessant, denn wir haben einen relativ geringen Preis von ca. 330 Euro, haben aber eine verdammt gute Performance, ja, auch wenn der Verbrauch ziemlich hoch ist, man kennt es von Intel, da ist AMD wesentlich besser. Aber ich habe gedacht, ich könnte mir diesmal 14600K einfach mal zu gucken und auch ein paar Videos davon zu machen, wie denn die CPU mittlerweile so performt, ja, denn der V-Cache ist nicht überall zu gebrauchen, beziehungsweise beim 5800X3D war es so, manche Spiele haben profitiert und manche haben halt nicht davon profitiert. Und da der Preis relativ attraktiv ist und ich auch ein neues System bauen wollte, habe ich gedacht, bauen wir den halt einfach so da um. Wir haben insgesamt 14 Kerne hier, 20 Strats, 6 Performance und 8 Effizienzkerne. Ja, das Interessante daran ist tatsächlich 5,3 GHz auf den Performance-Kerne und 4 GHz auf den Effizienzkerne, wie der Name das schon sagt. Ungefähr so wie beim Handy, die einen sind halt einfach schneller für Gaming und so weiter gedacht und die anderen sind eher so ein bisschen für die Hintergrundaufgaben oder wenn wir irgendwas, zum Beispiel Videorendering machen oder solche Sachen. Deswegen testen wir das einfach mal, Overclocking, Underworlding, Out-of-the-Box-Performance. Dann gibt es auf jeden Fall wieder mein Fazit dazu. Ihr haut auf jeden Fall gerne mal den Like-Button raus für den Algorithmus, packt es mir unten rein in die Kommentare. Seid ihr Team Intel oder Team AMD und auf jeden Fall den Kanal nicht vergessen zu abonnieren für mehr Hardware-Wissen. Bevor wir die CPU jetzt hier verbauen, könnt ihr sie euch nochmal anschauen. Also wer noch keine CPU mal gesehen hat, beziehungsweise die neueste Generation von Intel, das ist sie, also der 14600K. Sieht relativ unspektakulär aus. Wir haben hier hinten die Kontakte drauf, also hier sind keine Pins, das heißt, ihr könnt hier nichts abbrechen. Das bedeutet aber wiederum, auf dem Mainboard haben wir Kontakte, die dann quasi damit verbunden werden. Und das heißt, ihr müsst da ein bisschen aufpassen, wenn ihr die CPU einsetzt, dass ihr die Kontakte im Mainboard direkt nicht irgendwie kaputt macht. Bei AMD ist es so, bei der neuen Generation ist es genauso. Aber bei den älteren ist es das, wir hier unten so Pins haben und die können halt relativ zügig umknicken, also beziehungsweise umbiegen. Und das ist natürlich blöd, ja, da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Also es hat beides seine Vor- und seine Nachteile. Aber ich würde sagen, wir bauen die jetzt einfach mal ein und gucken, wie sie denn Out-of-the-Box so performt. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den 14.600K Out-of-the-Box an. Es ist eigentlich ein 13.600K, bloß ein bisschen besser optimiert. Das bedeutet vielleicht ein bisschen niedrigere Spannung, ein bisschen mehr höhere Taktung und so weiter und so fort. Aber das war es im Endeffekt schon. Wir haben sechs Performance-Kerne, die verdoppelt werden auf zwölf. Das bedeutet, wir haben zwölf Performance-Kerne und acht Effizienz-Kerne. Insgesamt haben wir dann 20 Threads. Wir haben 125 Watt TDP, wir haben den Sockel 1700 und wir haben die neueste Raptor Lake. Architektur hier und das war es dann eigentlich auch schon. Wir haben einen Boost-Takt von 5,3 GHz auf den P-Kernen und wir haben 4 GHz auf den Effizienz-Kernen. Wir werden natürlich mal schauen, was wir Overclock-mäßig und Undervolting-mäßig rausholen können, beziehungsweise wenn wir die CPU noch ein bisschen optimieren. Es ist auf dem Mac Z790 Atomahawk Wi-Fi-Mainboard mit dem neuesten BIOS in Kombination mit den DDR5 RAMs, mit den Kingston Fury Beasts, mit 3000 MTS und CL32. Als Grafikkarte haben wir aktuell eine 3070 verbaut. Vor wir jetzt aber zu den ganzen Temperaturen und alles kommen, schauen wir uns erstmal die Performance out of the box an, damit wir so ein bisschen einen Anhaltspunkt haben, wenn wir Overclocking, beziehungsweise wenn wir die CPU noch ein bisschen optimieren. Wir haben hier 23.841 Punkte im Multicore und wir haben im Single-Core 2.020 Punkte. Das sind schon ordentliche Werte, man muss aber bedenken, ich habe hier noch ein paar Programme im Hintergrund laufen. Das bedeutet, die Punkte sollten normalerweise noch ein bisschen höher sein. Aber das ist schon ordentlich, deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zu der Temperatur out of the box und dann optimieren wir das Ganze noch ein bisschen und da bin ich mal gespannt, was wir hier rausholen können. Das Ganze wird von der Ligmax Flow, von der Enamax Wasserkühlung gekühlt mit 360 mm Radiator. Wir haben im Idle haben wir hier circa 36 Grad, was mehr als okay ist und wir haben hier eine Maximalspannung von 1,222 Volt Anliegen gehabt und ansonsten dümpelt das Ganze teilweise unter einem Volt rum, das ist relativ okay. Deswegen würde ich sagen, schmeißen wir den jetzt einfach mal an hier, den Cinebench R23 Run und schauen, wo sich dann die Temperaturen mit dem 360er Radiator ungefähr einpendeln, damit ihr so ein bisschen einen Anhaltspunkt haben könnt, auch wegen der Spannung. Das brauchen wir logischerweise auch für zum Übertakten. So, das ganze System läuft jetzt schon ungefähr knapp drei Minuten, das ist mehr als ausreichend, da ich ungefähr weiß, wo sich die CPU einpendelt und das ganze System schon länger läuft. Wir haben hier knapp 78 Grad, teilweise Peaks auf 80 Grad, das ist aber nicht wirklich viel. Die Effizienzkerne liegen hier teilweise bei 68 Grad, auch mal Peaks auf 69, aber das ist mehr als bedenkenlos bei der CPU und wir haben hier eigentlich 1,190 Volt Anliegen, was nicht wirklich viel ist, also wenn die CPU komplett unter Last gesetzt worden ist, genauso wie auch teilweise bis Peaks bis 200 Watt, beziehungsweise so 150, ja, bis teilweise 160, 170 Watt in der normalen Variante, also das sieht man hier auch, wenn es normal läuft. Und wir haben hier logischerweise den Boost von 5,3 GHz, beziehungsweise 4 GHz Anliegen. Das ist schon ordentlich für den 14600K, es kommt aber immer auf die unterschiedliche CPU-Qualität drauf an, das muss euch auch klar sein. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns jetzt nochmal das maximale OC an und danach kommen wir nochmal zu der optimierten Variante. Der 14600K ist definitiv nicht schlecht. Wenn wir hier sehen können, mit maximalem OC mit 5,7 GHz auf dem P-Kern und 4,6 GHz auf den Effizienzkern, das ist schon ordentlich. Wir haben eine relativ hohe Spannung von 125 Millivolt, das ich in BIOS eingestellt habe, plus, also das bedeutet per Offset, da haben wir 1,344 Volt und der Last sind es 1,3 Volt ungefähr. Wie gesagt, das ist schon ziemlich heftig, wir kratzen ja ordentlich auch an den 100 Grad, je nachdem, aber wir haben auch gute Multicore 3000 Punkte und wir haben gute 170 Punkte mehr im Singlecore. Das ist schon ziemlich ordentlich und sollte sich auch definitiv in der Performance bemerkbar machen. Ihr habt jetzt die OC-Variante gesehen von dem 14600K und jetzt schauen wir uns hier nochmal die optimierte Variante an, was wahrscheinlich der Way to go für die meisten von euch da draußen sein wird. Und zwar 5,5 GHz auf dem P-Kern und 4,4 GHz auf den Effizienzkern, was dann uns natürlich im Multicore 1000 Punkte mehr bringt und im Singlecore gute 100 Punkte mehr, was schon ordentlich ist. Bei der gleichen Ausgangsspannung, und das ist auch schon relativ okay, beziehungsweise mit minus 10 Millivolt, also ganz leichtem Undervolting. Temperaturen sind natürlich dann auch im grünen Bereich, also da brauchen wir uns gar nicht drüber zu streiten. Die ähneln natürlich der Ausgangstemperatur minimal ein bisschen besser. Vom Verbrauch her ist es auch minimal ein bisschen besser, aber wir liegen hier trotzdem immer noch bei 150 bis teilweise 170 Watt. Und das ist relativ ordentlich. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt einfach mal zu meinem Fazit von dem 14600K. Und da muss ich wirklich gestehen, zwei Daumen hoch, das ist eine richtig geile CPU, macht mega viel Spaß mit Übertakten, Undervolting, generelles System zu optimieren. Da können wir einiges rausholen. Aber wir brauchen gar nicht über den Verbrauch, beziehungsweise die Temperaturen zu sprechen. Temperaturen sind ja noch relativ okay, Verbrauch ist aber dementsprechend hoch, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, mittlerweile sich so eine CPU zu gönnen, wenn man auf den Verbrauch achtet. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr wirklich auf den Verbrauch achtet, dann kauft euch definitiv eine AMD-CPU, da seid ihr wesentlich besser dran und habt eventuell auch noch ein bisschen bessere Temperaturen. Es kommt aber immer generell auf die Kühlung drauf an, also habt ihr eine 360er, 240er oder generell einfach eine Luftkühlung. Das müsst ihr dann selbst entscheiden. Für Gaming oder generell für Arbeiten ist die CPU trotzdem definitiv top. Da brauchen wir gar nicht drüber zu streiten. Und in diesem Sinne hoffe ich, ihr lasst mir gerne ein Like da für den Algorithmus. Auch nicht vergessen den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, seid ihr Teen AMD oder Intel.